Da mach ich einfach RTL 2 In der Name Mit Mopsy Ne man, Herz 4 TV How I meet a Mopsy Mitten im Spiel Die Nachts-Crasher Äh, noch schlimmer Ähm, Jungs Das verbraucht nur ohne die Sprit Alle gehen von Gas Ja, wieder ein Bot Ein guter Gegner Wow Meiner Wer kommt zurück Hätt's nicht funktioniert Deswegen hab ich's ja erst gesagt, als ich in der Luft war Na hab ich gesehen, dass es passt Du, 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 du Dum, da, dum Bam, bam, bam Aaaah Da kamen mir drei Leute entgegen, ich wusste gar nicht, ob ich noch an Ball kommt Alter Wen hab ich damit vorher ausgegeben? Nicht, ich war, ich war die ganze Zeit vorm Ball Ja, ich weiß, ihr habt's gesehen, ich hab dich und den Ball nach vorne gekickt Der war mies Der kam gut Ja, für dich Ja, und er kriegt den Dann, da, dum Dann, da, dum Dann, da, dum Dann, da, dum Alles nur Kevin schuld Alles nur Kevin schuld Er war gut Wenn das mal so wär Der Charlie, über ernste Sachen lacht man ja und ich Ups Jo Ich will gar nicht wissen, wie sich das anhört Wenn das alles nachher Kannst du dir dann anhören Kannst du dir angucken Kannst du dir auch angucken Musst du nur auf die Kommentare warten Ja toll, du nachher sieht das mein halbes Geschäft Dann denkt sich auf, wie bekloppt bin ich in meiner Freizeit Ja, wieder schön Jede Arbeit Da bin ich ja noch einigermaßen normal Und, ne? Dann tu ich nachher noch die Videos Ja, Mann, Alter Hast du das Tor gesehen? Dann tun wir noch die Videos zusammenschneiden Soll, was war das? Mit denen, wo ich dich immer erschreckt hab am PC Und dann schicke ich die nachher einfach mal an deine Firma per E-Mail Ach, mach's gleich an meinen Niederlassungsweiter, Dietrich Gib dir die E-Mail, dass er Hast du das gehört, Neidwiff? Alles war ich Das ist mein Wust Kann schön ankämmen Oh, hab ich dir eigentlich die gute Besserung von Marc gesagt, Schatz? Du Na, hab's jetzt hiermit getan Ich glaub ich muss echt immer aufnehmen Guck dir das an, was ich für Tore mach, Alter Na gut, nur weil wir jetzt schlechte Gegner haben Ne, auch schon vorher, wenn's sowas war Ich hab Tore getroffen, die ich vorher nie getroffen hab Bei anderen sagt man ja meistens, stell dir einfach vor, als wenn du nicht aufnimmst, aber das wär ja bei dir dann echt noch nachteilig Ich muss aufnehmen Ich muss aufnehmen Ich hab Torschuss bekommen, aber keine Vorlage Ja, du hast mich geschossen Ich sag nur, das Spiel ist manchmal so bescheuert Du berührst dich am Anfang, jeder Gegner berührt ihn einmal und der geht ins Tor, als Vorlage Aber manchmal beim direkten Pass einfach mal gar nicht Jo, ich fahr erfolgreich vorbei Aber wenigstens erfolgreich Ja, ich muss das Rollen noch ein bisschen üben Ich will noch nicht ganz, das klappt noch nicht ganz so So, grad damit solltest du eigentlich klarkommen Ja mein Gott, manchmal schwächelt's halt Ich hab in andere Richtung Ich hab in andere Richtung Jetzt haben alle gewartet, dass Anna den Ball hochhaut vor's Tor und sie bleibt unten stehen. Ja, ich wollte warten, bis der wieder runterkommt, gescheit treffen, aber der andere... Ja, der war hinten an der Wandwanne, da hättest du gegenfahren müssen. Kam dann halt schon. Yo, ich fliege. Ja, du hast den Ball weggehauen, leider. Ne, ich hab Befreiung, achso, Befreiungsschlag hab ich sogar gekriegt. Ich hab den nicht weggehauen, ich wollte ihn vorspielen. Mitte? Schade. Gibt keine Möglichkeit momentan. Wir kriegen den immer zu sehr. Oh, wer war das, Anna? Ich hab den noch nicht mal beruhigt. Beruhigt, nein. Hab ich diesmal nicht, Kevin. Warum schon wieder so knapp an Pfosten, das kann doch nicht sein. Diesmal echt nicht, ich bin unschuldig. Doch, ich hab's doch genau gesehen. Ich bin nicht mal in deiner Nähe gewesen, Kevin. Den hat Kevin sogar ohne Brille gesehen. Ja. Nee, ich war echt nicht mal in seinem scheiß Auto, der ist 10 Kilometer vor mir gewesen, aber okay, ich hab ihn berührt. Nimmst du erst viel zu sehr zu Herzen? Abstaubbar. Alter, 4-0, Alter. Wieso Abstaubbar? War doch ein Pass. Jetzt hat er endlich mal ein Game wieder gehabt mit vier Toren. Ja, gut, ne? Drei Vorlagen von mir. Nee, eine. Da steht nur eins. Ja, die anderen wurden ja gezählt. Jumala. Mmala. Hi. Ja. Ja. Ja.